Herzlich willkommen zu einer neuen Meditationsreise und weiter geht es durch die Reise der großen Arkaner des Tarot. Und heute habe ich eine Karte vorbereitet für die Reise, das ist der Turm. Und zwar die 16 der großen Arkaner. Und der Turm alleine von der Symbolik sagt natürlich schon aus, da geschieht ein Unglück, ein Blitz, ein Schicksalsschlag, trifft quasi einen Turm, der steht in Flammen. Und Reiche und Königin stürzen darunter in den Abgrund. Und diese Karte wirkt jetzt natürlich dramatisch und wir haben alle solche Erlebnisse, diese Schicksalsschläge, diese plötzlichen Wendungen, wo man dann das Gefühl hat, es geht gar nichts weiter. Aber wie du aus eigener Erfahrung weißt, es geht immer weiter, es gibt immer einen Weg. Und wen trifft denn dieser Wandel sehr hart in unserer Zeit? Das sind einfach, also am härtesten wird es für dich, wenn du Dinge festhältst. Das ist auch eine Karte eigentlich ein bisschen wieder des Festhaltens. Denn es trifft dich nicht so hart, wenn du nicht an so vielen haftest, dann wirst du auch nicht so hart fallen. Und die Frage ist natürlich, wie schaffen wir das in unserer sehr materiell geprägten Gesellschaft an weniger anzuhaften? Auf der einen Seite ist es natürlich immer die Frage auch, rein von dem System her, dass man immer schaut, was brauche ich wirklich? Was benötige ich wirklich? Auch was brauche ich wirklich in meinem Umfeld? Was ist notwendig für mich? Und was ist eigentlich so, ja, Kim Bim liegt herum, belastet mich? Das ist einmal rein die materielle Ebene. Auf der emotional-seelischen Ebene geht es natürlich auch darum, welche Themen trage ich denn vielleicht schon länger mit mir herum? Was sollte denn eigentlich schon längst gehen oder hätte gehen dürfen? Wo halte ich denn vielleicht noch an etwas fest, das mich eigentlich zurückhält oder belastet? Und das sind so diese Themen, auf die uns diese Turmkarte aufmerksam macht. Das ist dieser plötzliche Wandel, dieses Loslassen-Müssen. Man wird dann gezwungen, loszulassen, gezwungen, etwas zu verändern. Und das wirkt auf den ersten Blick dramatisch, stellt sich aber dann oft im Nachhinein erst als wahrer Segen heraus. Und als eine Art Kurskorrektur im eigenen Tun. Und jetzt wollen wir mal einfach voller Zuversicht nicht auf einen Blitzschlag hoffen, sondern wir wollen einfach mal schauen, wie wir diese Energie intelligent und auch transformativ für uns nutzen können. Und da lade ich dich jetzt einfach mal dazu ein, die Augen zu schließen. Und einfach mal so tief ein. Und wieder auszuatmen. Und nochmals tief ein. Und wieder aus. Und erlaube dir mal mit jedem Atemzug immer ruhiger und ruhiger zu werden. Und während du ruhiger und ruhiger wirst, stell dir einfach mal vor, dass deine ganze Wohnung blitzeblank geputzt und zusammengeräumt ist. Deine Wohnung, dein Wohnraum, dein Haus blitzeblank geputzt und zusammengeräumt. Alles ist optimal geordnet und sortiert. Nichts Überflüssiges steht herum. Und du bist in einem sauberen, neutralen Raum. Wie fühlt sich denn das an? Unbelastet, sauber, klar und rein in deinem Umfeld zu sein. In deinem Wohnraum. Alles ist perfekt. Die Fenster sind perfekt geputzt. Abgestaubt ist perfekt. Alles ist tipptopp in Ordnung. Ein absolut neutrales Umfeld. Wie fühlt sich das an für dich? Wie nimmst du das wahr? Wie fühlt sich das an? Und in dieser Frequenz und in dieser Schwingung erlaubst du dir jetzt auch, etwas weiterzuschauen. Nicht nur in deinem Umfeld, sondern stell dir mal vor, dass du auch seelisch in dir absolut klar und zusammengeräumt bist. Auch in deinem Inneren gibt es keinen Unfrieden, eine Unruhe, eine Unzufriedenheit. Sondern es ist alles klar und neutral. Wie ein weißes, strahlendes Licht. Also der Raum um dich strahlt und der Raum in dir strahlt. Und diesen Frieden und diese Geborgenheit und diese Klarheit genießt du nun mal. Nichts, was dich aufregt, nichts, was dich belastet. Und nun, stell dir mal vor, dass dieser Frieden, diese Klarheit, dieses Nichts Überflüssiges ist mehr in deinem Leben, sich auch auf deine Beziehungen ausweitet, deine Partnerschaften, deine Partnerschaft wird frei von Belastungen. All deine Beziehungen, ob jetzt familiär, zu Freunden, all diese Beziehungen werden ebenfalls neutral reinigen sich. Werden von alten, emotionalen Ballast befreit. Manche Beziehungen gehen dann vielleicht aus deinem Leben, fallen weg. Und manche werden frischer, werden neu. Also wird jetzt auch nicht nur dein Inneres, dein Wohnraum neutral, sondern auch deine Beziehungen. Und auch die Menschen, mit denen du in Beziehung stehst, machen bei diesem Prozess mit der Reinigung. Also die beginnen auch zu strahlen, reinigen ihren eigenen Wohnraum, reinigen ihre eigenen Emotionen, reinigen ihre eigenen Beziehungen. Und so entsteht schon mal ein Geflecht aus Licht. Wo alles Überflüssige wegbricht. Und das Neue in absoluter Sicherheit, in absolutem Frieden sich manifestieren kann. Und nun spürst du schon, dass es leichter wird, dass es belebter wird. Aber dieses Loslassen geht jetzt noch weiter über deine Beziehungen hinaus. Es berührt jetzt deinen Nachbarn, es berührt deinen Arbeitsplatz. Und alle Menschen, mit denen du zusammenwohnst, mit denen du arbeitest. All diese Beziehungen, all diese Verwicklungen und Verstrickungen, was du mit dir herumträgst, transformieren sich jetzt. Und manche Beziehungen zerbrechen, manche Arbeitsbeziehungen zerbrechen und ordnen sich neu. Aber alles ist gut und transformiert sich. Und nun weitet sich dieses Licht aus, über deine Beziehungen, über deinen Arbeitsplatz, die Orte, die du besuchst, hinaus. Also die strahlen alle auf. Es weitet sich jetzt auch weiter aus, über deine Wohnstadt, deinen Ort, wo du wohnst. Und da wird jetzt die ganze Stadt, das ganze Umfeld, die Straße, der Bezirk, die Stadt, der Ort, all das wird nun auch gereinigt und transformiert. Sämtliche Verwicklungen und Verstrickungen, sämtliche Dinge, die da feststecken, unausgesprochenes, darf sich jetzt reinigen und lösen. Und nun erlaube dir, nochmal weiter zu gehen, über die Stadt hinaus, in das Land, in dem du wohnst. Das Land, in dem du wohnst, transformiert sich jetzt. Alles Überflüssige fällt weg. Alles Alte, was nicht benötigt wird, transformiert sich. Und eine Schwingung der Lebendigkeit kommt auch in das Land, in dem du wohnst. Also das Land, die Stadt, die Straße, dein Wohnort, deine Beziehungen, deren Beziehungen, die Beziehungen der Beziehungen und auch dein Innerstes, darf sich jetzt weiter reinigen und transformieren und von Überflüssigem befreien. Und beobachte jetzt einfach mal diesen Prozess, die Energie, die durch dich hindurch fließt, die über deine Grenzen fließt und dein ganzes Land, in dem du wohnst, ebenfalls transformiert. Und nun erlaube dir, dass jeder mit dem Land, der mit dem Land zu tun hatte, in dem du wohnst, nun auch transformiert wird. Und auch die Länder rund um dein Land werden transformiert. Und Land nach Land nach Land erstrahlt im Licht der Transformation. Ganz Europa, weiter bis Asien und auch weiter nach Afrika, Amerika, Nord-Süd-Amerika und natürlich auch Australien. All diese Länder werden nun transformiert. Und durch diese Transformation, wo altes Überflüssiges abfällt, transformiert sich nun auch das Meer, die Ozeane und letzten Endes auch der ganze Planet. Und du spürst jetzt, wie die Erde strahlt, wie du auf der Erde strahlst und wie jeder, dem du begegnest, sein Potenzial zu 100 Prozent leben kann. Und dieses 100 Prozent Leben, dieses Ja zum eigenen Potenzial ist nur möglich, weil du dich nicht verstrickst. Spüre mal das Licht, spüre diese Energie um dich und in dir. Und spüre, dass jegliche Alten, Lasten und Bindungen endgültig zerbrechen und dass du in eine helle, glorreiche Zukunft schreitest. Und einmal darfst du den Blick über die Schulter zurückwagen in die Vergangenheit, wo du eingemauert warst, in deiner Wohnung, vielleicht in deinem Chaos etwas versunken bist, wo du da festgesteckt bist. Und jetzt bist du aus dieser Enge ausgebrochen und bist völlig frei, deinen Weg, deine Bestimmung zu leben und zu gehen. Und mit dir kann die ganze Erde, kann jeder Mensch auch sein Potenzial leben und sich weiterentwickeln. Bedanke dich jetzt bei der geistigen Welt, bei deinen geistigen Helfern und Führern. Atme nochmal tief ein. Und wieder aus. Und dann erlaube dir in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukommen. Streck dich nochmal durch. Spür nochmal so diese positive Neutralität in dir. Und dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir während dieser Reise gegangen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Lass mir gerne einen Daumen hoch. Da abonniere den Kanal. Und wenn du mehr Interesse hast am Tarot oder auch an der Energetik, dann vielleicht interessiert dich ja die Jahresausbildung Mediale Energetik. Startet diesen Oktober in Linz live bei mir. Und ja, vielleicht bist du ja dabei. Alle Infos findest du in der Beschreibung. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis nächstes Mal aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ehranitschus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020